So, willkommen zurück zu Umfionation Jetzt passen wir immer noch die Eiderkombination Wo könnte die sein? Da, guck mal 6 2 mal die 6 6, 6, 4, 5, 6 6, 6, 7 Jawohl Und hier ist auch der andere Schlüssel Sehr schön, sehr schön Sehr schön, sehr schön Aber vorher kippe ich nur noch ein Aber vorher habe ich doch in den Schlüssel reindrücken Oh, geil, geil, geil Okay, dann wollen wir mal Und hier ist auch der Schlüssel Die Schlüssel Die Schlüssel Die Schlüssel Die Schlüssel Ich bin So, ein Mal Lade-Sequenz. Wahrscheinlich hängen geblieben. Es geht weiter. Ich dachte schon. Oh, Katakbombe. Sehr schön. Gar nicht mal so übel, das, gell? Wir befinden uns hier immer noch im Akt 4, ja, Röhle, ja. Wir finden da einen Weg aus der Röhle. Okay. Da ist jetzt schon mal ein Verstuhl. Aber wir können uns erst mal hier rumschauen. Ah, geht nicht weiter, okay. Das ist cool. Na, dann wollen wir mal. Das war doch vorher noch nicht, oder? Find the first lever, find the second lever, find the third lever. Boah. Boah. Ausgabenlicht. Öff. Okay. Ich folge das Licht. Alter, da wird immer dann gleich hier. Oh, holy shit, eh? Nein, nein, nein. I don't want to save it. I don't want to keep myself up. I don't want to have a job. I got here. Okay. Was nicht so schön macht, ey. Ich bin nicht so gut. Er ist nicht so gut. So, mal, eh? Die Höhle, die können da, eh? Sollte ich das nicht mehr so machen, was ich nicht mehr so machen kann. Oh, das ist ja geil. Oh, so ein labberes Scheißlein. Ach, du Scheiße. Fuck it. Oh, Scheiße, ey. One, two, three. Yeah, we're not here. Fuck it here. Oh, got some settings. es ist Ich weiß nicht, dass er auf die Klampe schützt. Finito niemals, ne? Scheiße. Bullfuck. Ach, Mann, Mann, Mann. Das ist ja scheiße, ne? Mann, Mann, Mann. Ne? 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 Ne N Ne? Nee. Du Gott. Ich klasse, so ein Scheißer. Ja. da das ist unbedingt ein schöner start Ich weiß, dass ich noch gut gegen Polen werde, hm? Komisch. Lauter Sekunden. Hm, jetzt schauts wieder hin. Da war der Regen ein bisschen wackig. Nun, dann haben wir Akt 4 beendet und sehen uns auf jeden Fall dann in den nächsten Part wieder. In den nächsten Akt, also Rotary bis dann.